Meine neue Lieblings-Wimpern-Methode. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr die ganz easy nachmachen könnt. Zuerst starte ich natürlich mit Mascara. Also normalerweise, wenn ich Lashes trage, trage ich nur ganz wenig Mascara auf. Eigentlich nur so viel, dass meine ganzen Wimpern schwarz sind. Aber mit dieser neuen Methode hier versuche ich meine Wimpern schon mal mit der Wimperntusche so schön lang wie möglich zu machen. Ganz besonders hier im vorderen Bereich. Ich trage meine Fake Lashes nämlich nur hier hinten auf. Und dafür verwende ich solche Mini-Geteilten-Lashes. Die findet man eigentlich überall auch in der Drogerie. Oder ihr könnt einfach eure Lashes auseinanderschneiden. Dann kommt da natürlich Wimpernkleber drauf. Aber hier oben, wie immer ein bisschen antrocknen lassen. Und die hier klebe ich mir jetzt auf meine Lashes aber von unten drauf. Ganz vorsichtig sein, nicht ins Auge kleben. Und das Beste an der Methode, man spürt die Wimpern gar nicht. Und man sieht das Band von den Wimpern nicht. Wenn ich meine Augen zumache, seht ihr, dass ich Wimpern trage? Nein. Ich meine, schaut mal wie schön. Und deswegen ist das...